Kurven haben in Blender viele verschiedene Eigenschaften, Funktionen und auch die Möglichkeit, in Meshes umgewandelt zu werden. Doch wie nutzt man Kurven effizient, welche Eigenschaften solltest du wissen und wie kann man aus ihnen rapide Objekte erstellen? Ich zeige es dir in der heutigen Folge von Blender 4.3 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst gerne einen Like da lassen, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und Fragen und Feedback immer gerne in die Kommentare schreiben. Und schon geht's los. Installieren wir zuerst 2-3 Erweiterungen, die dir später helfen sollen, mit Kurven noch besser zu arbeiten. Über Edit Präferenzen können wir hier unter dem Suchbegriff Curve bei Get Extensions einmal diese Liste finden und wir nehmen einmal hier zuerst die extra Curve Objects, um weitere Kurvenvorlagen zu erhalten und ganz unten haben wir auch die Curve Tools, um neue Funktionen für Kurven zu erhalten. Was ich da sonst noch empfehlen kann zum Testen ist hier Simple Bounce Curve, aber dazu gibt's später mehr Infos. Und das sind doch schon die Wesentlichen, die du brauchst. Und jetzt gucken wir uns mal Kurven genauer an. Zuerst räumen wir die Szene auf, indem wir den Würfel anwählen und mit X löschen. Jetzt fügen wir eine Kurve hinzu und hier siehst du auch direkt, wie viele neue Objekte hinzugekommen sind. Wir nehmen Shift A oder oben links das Add Menü und wählen den Eintrag Curve aus und wir haben hier Bezier, Circle, NURBS und auch Path. Das sind die normalen 5 Stück von Blender und darunter haben wir auch hier viele neue Einträge durch die extra Curve Objects im Menü. Wir beginnen mit einem ganz simplen Path, eben einem Pfad von Punkt A nach B. Und wir haben beim Meshes bereits eine Funktion kennengelernt, nämlich Pick Shortest Path. Wenn wir einen beliebigen Vertex oder einen Punkt auswählen und einen anderen im Mesh mit STRG-LINKS-Klick anwählen, dann machen wir den kürzesten Pfad von Punkt A nach B. Dieser Pfad ist aber nicht das, was er zu sein scheint, denn diese orangenen Linien hier sind nur Hilfslinien. Die wahre Kurve verbirgt sich darunter. Nehmen wir mal diesen Punkt hier hinten und wir verschieben ihn über GY hier nach links. Und hier unten machen wir das gleiche mit GY zur rechten Seite. Wir sehen, hier ist eine Linie erzeugt worden, eine schwarze, und das ist in Wahrheit die Kurve, die aus diesen Hilfspunkten und Kanten erzeugt wird. Auf der Kurve können wir auch typische Funktionen ausführen, die es bei Meshes gibt und die wir hier links in der Werkzeugleiste mit T finden. Zum Beispiel Extrudieren. Nehmen wir mal hier hinten den Endpunkt und drücken E für Extruden, X-Achse und schieben den Punkt nach hinten. Da haben wir jetzt den Anfang der Kurve verlängert. Nehmen wir hinten den letzten Punkt und machen E für Extrude, dann verlängern wir den Endpunkt. Wir können auch Kurven mittendrin extrudieren. Nehmen wir mal diesen Punkt hier rechts und wir drücken E für Extruden, X-Achse wäre links rechts, Y wäre vorne hinten und wir schieben das Ganze mal weiter dorthin. Jetzt sieht das Ganze hier sehr spitz aus. Das Problem dabei ist jetzt nämlich, dieser Punkt, der hier vorne ist, sind jetzt in Wahrheit zwei Stück. Wir drücken mal G für Bewegen und die X-Achse und wir stellen fest, wir haben jetzt einen Punkt hier und noch einen weiteren hier drüben. Und so wird diese Kurve eben an einer Stelle mit zwei neuen Kanten verbunden. Eine Funktion, die wir auch bei Meshes auf sowohl Punkten, Kanten und Flächen nutzen können, ist die Funktion des Unterteilens. Und das können wir auch bei Kurven anwenden. Wir markieren uns mal hier zwei Punkte, diese beiden hier. Wenn wir jetzt hier rechtsklick machen, haben wir in dem Menü die Funktion des Subdivide. Hier habe ich den Hotkey D für mich persönlich eingestellt. Normalerweise hat die Funktion eigentlich keinen Hotkey. Aber man kann per Rechtsklick, Change oder Assign Shortcut hier eine Taste für die Funktion zuweisen. Und mit Subdivide ist es so, dass diese Kante jetzt in zwei gleich große Bereiche links und rechts vom Mittelpunkt unterteilt wird. Das liegt auch nur hier unten daran, ein Schnitt sind zwei gleich große Abteile. Zwei Schnitte wäre drei gleich große Segmente und so weiter. Wenn du auf Kurven Punkte nicht mehr brauchst, dann kannst du sie problemlos löschen. Nehmen wir mal hier in der Mitte einen einzigen und wir drücken X und wir kriegen hier Delete Vertices, Segments oder Dissolve Vertices mit Steuerung X. Kann ich hierbei nur sehr empfehlen. Denn wenn wir hier Löschen drücken, dann wird dieser Punkt hier auf der Kante entfernt und die Kante wird hier verlängert. Machen wir es mal hier genauso. Steuerung X und wir haben die beiden Punkte, die wir eben eingefügt haben, direkt wieder gelöscht. Eine sehr schöne Eigenschaft von Kurven ist die Auflösung dessen. Wir können bei Kurven bestimmen, wie viele Punkte sollen hier auf der schwarzen Linie generiert werden, um diese Kurve so smooth zu machen, wie es nur geht. Dafür müssen wir entweder hier oben in der Szenen-Hierarchie das Datenobjekt auswählen oder hier unten eben den Daten-Tab auswählen im Inspektor. Und dann können wir hier bei der Shape in 2D oder 3D eben hier die Resolution-Preview verringern. Je weniger wir nutzen, desto weniger Punkte hat sie. Je höher wir gehen, desto smoother, desto runder, desto perfekter wird diese Kurve. Der Standardwert hierbei ist die Zahl 12. Was wir ebenfalls hier machen können im Abschnitt Geometrie ist die klassische Funktion des Extrudierens, und zwar nach oben und nach unten. Wenn wir das Ganze hier nutzen, stellen wir fest, aus einer Kurve wird ein 3D-Objekt und wir gehen ein bisschen in die passende Richtung nach oben und nach unten, aber auch weichen wir davon ein kleines bisschen ab. Jetzt haben wir hier so viele Flächen erstellt, wie wir vorher Kanten in der Kurve hatten. Wenn wir uns das mal genauer anschauen möchten, können wir in den Wireframe-Shading-Modus gehen. Wichtig ist, solltest du in den Präferenzen von Blender das Pi-Menu aktiviert haben, kannst du einfach Z gedrückt halten und hier ins Wireframe wechseln. Für alle anderen, die das nicht aktiviert haben, ihr habt oben rechts in der Ecke von Blender diese vier Kugeln hier, auch mit der Material-Preview und der Rendering-Vorschau. Und die zweite Kugel ist das Standard-Rendering von Blender beim Modellieren und die erste davon ist das Wireframe mit allen Flächen und Kanten, die so generiert werden. Wenn wir jetzt mal hier die Resolution der Kurve runterschrauben, seht ihr hier direkt den Einfluss darauf, und zwar werden das immer größere Flächen und immer weniger Kanten. Ändern wir das Ganze mal von 2D auf richtiges 3D und damit meine ich einen Tunnel, der sich von Start bis Endpunkt durchzieht. Dabei werden wir hier unten das Offset mit Rechtsklick Reset to Default Value wieder zurücksetzen und auch das Extrude wird verschwinden. Aber wir gehen weiter unten hin in die Kategorie Bevel, denn wir können hier mit einer Rundung arbeiten, wo wir eine gewisse Tiefe angeben können. Und das ist in dem Fall ein Radius für einen Tunnel. Ihr seht, je größer der Radius wird, desto größer wird der aufgespannte Tunnel durch unsere Kurve hier. Und nehmen wir hier einen Wert wie 0.5 Meter. Dann ändern wir nochmal das Shading zurück in das normale Viewport Shading und ihr seht hier, das ist die Kurve mit Resolution von 1. Je mehr wir jetzt die Resolution erhöhen, desto besser wird dieser Tunnel hier aussehen, aber auch desto mehr Geometrie werden wir erhalten. Beim Standardwert von 12 haben wir nicht gerade wenig, aber es sieht sehr smooth aus, alle Kanten sind geklettert. Und im Wireframe haben wir hier nochmal die genaue Ansicht, wie viele Loops drumherum generiert werden, wie viele Segmente die Kurve hat. Kurven können auch mit verschiedenen anderen Objekten gebevelt werden. Und zwar hier unten, wenn wir Object auswählen, müssen wir hier ein Objekt bestimmen. Das muss ein weiteres Kurvenobjekt sein. Und wir können sowohl Meshes in Kurven verwandeln, als auch Kurven in Meshes zurück verwandeln. Beginnen wir mal mit dem ersten Schritt. Wir erzeugen ein ganz simples Mesh-Objekt. Shift-A im Object Mode, Mesh, und wir wählen das ganz normale Plane hier aus. Da gehen wir auf eine Größe von 0.5 Metern, anstatt der wie gewohnten 2 Meter, einfach um es direkt ein bisschen kleiner zu haben. Und das passt auch schon so, wie es ist. Und wir können hier dann in den Object Mode zurückkehren. Das Ganze wollen wir jetzt in eine Kurve verwandeln. Per Rechtklick, Convert to, können wir das Mesh in eine Kurve verwandeln. Und ihr seht, die Außenkante dieses Planes wurde jetzt in eine Kurve umgewandelt, die wir nutzen können. Und jetzt haben wir ein neues Kurvenobjekt. Auch erkennbar hier oben in der Szene an den Daten, die hier gegeben sind. Denn wir haben jetzt hier das Kurvensymbol auf dem, was vorher ein Mesh war. Jetzt wollen wir bei unserer erstellten Kurve hier die Pinzette nehmen und das Plane auswählen. Und jetzt schaut mal genau hin. Auf beiden Seiten haben wir jetzt hier einen Tunnel-Ein- und Ausgang, der genauso quadratisch ist, wie die erzeugte Ebene. Das liegt jetzt nämlich daran, dass das Objekt, was wir hier als Referenz nutzen, entscheidend dafür ist, welche Form dieser Tunnel wirklich annimmt. Wir können hier mit Tab in den Edit Mode gehen, uns mal ein kleines bisschen rotieren und wir skalieren mal in der X-Achse und merken, es wird breiter. Skalieren in der Y-Achse bedeutet, es wird höher in dem Falle. Eine weitere Eigenschaft, die unsere gebevelte Kurve hier hat, ist die Funktion des Fill Caps. Wenn wir das nutzen, dann werden sowohl Ein- und Ausgang hinten zugemacht und wir haben ein komplett verschlossenes Objekt. Ganz simpel, aber ziemlich praktisch. Obendrauf können wir auch noch fürs Beveln ein Start- und End-Mapping nutzen in Prozent. Das Ende in 1.0 heißt 100% am Ende der Kurve und das können wir verringern. Und umgekehrt ist Startpunkt 0% ganz links am Anfang der Kurve und je mehr wir in Richtung 1 gehen, desto mehr ist es am Endpunkt der Kurve. Die Eigenschaft des Bevelns kann man in Kombination mit Eigenschaften von Kurven sehr gut kombinieren. Wir gehen nochmal in den Edit Mode und ich trage dir noch zwei weitere Funktionen. Dafür solltest du unbedingt das Transform Panel mit N aktivieren und in den Reiter Item oben gehen. Jetzt wählen wir mal einen beliebigen Punkt aus und wir stellen fest, hier oben gibt es einmal den Kontrollpunkt, das ist eben dort, wo wir gerade mit diesem Punkt in der Kurve sind. Dann haben wir hier unten drunter eine Gewichtung, einen Radius und einen Tilt. Der Radius in dem Falle ist sehr entscheidend für das, was wir beveln, denn er ist eine Art Multiplikator. Nehmen wir mal links aus der Werkzeugklasse die Funktion des Radius und dann können wir das hier einfach anklicken und kleiner oder größer ziehen. Ihr seht, wenn wir das kleiner ziehen, dann wird das in dem Falle wie ein Multiplikator nach unten skaliert und zwar jetzt hier mit dem Faktor 0,263. Wenn wir wiederum einen Endpunkt nehmen und das hier ein bisschen breiter ziehen, dann haben wir eine Vergrößerung des Ganzen und zwar jetzt hier mit Faktor 2,834. Tilt ist eine Angabe in Grad und die können wir jetzt hier ebenfalls konfigurieren. Wenn wir jetzt das hier mal nutzen und drehen, seht ihr, wir drehen uns um die Achse, wie die Kurve verlaufen würde. Und das können wir in beide Richtungen machen, aber so hat auch die Kurve die Möglichkeit, an jedem beliebigen Punkt hier sich passend zu drehen und umzukonfigurieren. Damit hast du schon die wichtigsten Eigenschaften von Kurven kennengelernt, aber wir sollten die Kurvenart wechseln. Und zwar von diesem hier mit X, Delete, mal umändern zu Shift A, Kurve und wir nehmen eine Baiser-Kurve. Denn die ist das gleiche wie ein Pfad, aber wir haben hier die Möglichkeit, die Hilfspunkte, nämlich hier am Ende dieser roten Linie, die beiden Punkte mit zu bearbeiten. Wir können hier den normalen Punkt rotieren, um auch die Hilfspunkte zu rotieren und das hilft bei der Positionierung und Formung sowie Ausrichtung unserer Kurve. Je weiter wir die Distanz von einem Hilfspunkt zum normalen Punkt vergrößern, hier GY, desto weiter spannt sich die Kurve auch entlang dieser Geraden auf. Und danach versucht sie ihren Weg zu laufen, um zum Endpunkt zu gelangen, aber dabei nutzt sie den Hilfspunkt, den wir hier unten von dem Endpunkt haben. Wenn wir jetzt das hier mit GY verändern, seht ihr, das ist die Ausrichtung, wo unser erster Punkt hinlaufen möchte. Und das können wir konfigurieren, wie wir wollen. Schauen wir uns jetzt noch an, wie wir hier unser Plane auf dem Boden nochmal auf diese Kurve bringen und das Ganze in einen Mesh umwandeln. Wir nehmen hier unten bei Bevel Object wieder unser Plane in der Mitte und wir kriegen hier unseren Tunnel. Dann werden wir in den Object Mode zurückkehren, das Plane nochmal im Edit Mode bearbeiten, runter skalieren auf eine passende Größe, bis überall diese komischen Kanten, die sich hier bei Lappen weg sind und alles eher eine passendere Größe hat, ohne dass es sich gestreckt aussieht. Zum Beispiel eben so und nochmal skalieren in der Y-Achse, dass es ein bisschen schmaler wird. Soweit, so gut. Und jetzt haben wir hier unseren Tunnel. Im Wireframe Shading können wir nochmal gucken, wie das Ganze aussieht. Und wir haben hier einen passenden Lüftungsschach, durch den wir griechen könnten, ein Level, ein Korridor, beweist das schon genau. Jetzt machen wir hier per Rechtsklick Convert to Mesh und das Ganze ist ein Mesh-Objekt geworden, wie man hier oben in der Szenen-Hierarchie sieht. Jetzt haben wir hier die typischen Mesh-Funktionen im Edit Mode, können hier in Setten, Beveln, Loop Cutten, Messer schneiden und vieles mehr hier drin nutzen. Schauen wir uns jetzt zum Schluss noch die Bounce-Curve an. Wir löschen hier beide Objekte mit X aus der Szene heraus und fügen über Shift-A Mesh hier ein neues Plane hinzu. Bleiben im Object Mode und duplizieren das mit Shift-D und dann bewegen wir es mit G, Shift-Z einmal hier hinten hin. Wir wiederholen das Ganze und machen es mal hier hin ein bisschen höher und nochmal duplizieren, einfügen und da hinten einfügen. Und auch das hier ein bisschen höher. Die Idee ist, dass hier könnte ein ganz simples Jump'n'Run sein. Nur wie kommt ein Charakter von Punkt A nach B nach C nach D? Ganz simpel. Wir wählen die erste Plattform aus, Shift-Links klicken, die anderen Objekte 2, 3 und 4. Und jetzt haben wir hier oben links im Object Menü ganz unten das Create Bounce Curve. Mit einer Bounce Curve können wir bei passender Höhenkonfiguration hier sehen, wie ein Charakter über Plattformen von Punkt A nach B nach C nach D springen müsste, um eben an seinem Ziel anzukommen. Einfach eine praktische Visualisierung von so einer Bounce Curve. Und wenn wir die auswählen, können wir die auch wie eine andere Kurve eben im Edit Mode bearbeiten. Die ist kein Mesh, die ist ebenfalls eine normale Kurve. Und auch hier könnten wir dann mit Bevel eben zum Beispiel hier einen Tunnel generieren oder andere Sachen dafür nutzen. Ziemlich interessant, oder? Und damit runden wir auch die Grundlagen über Kurven in diesem Video ab. Ziemlich praktisch, oder? Schnelles Modellieren, schnell Objekte und Tunnel und Gelände formen und dann als Mesh weiterverarbeiten und bearbeiten. Lass dem Video gerne einen Like, damit es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mir immer gerne auch Fragen, Feedback und Meinungen zum Video in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.